Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und heute geht es in den Hansa Park, also morgen. Ich bin jetzt im Zug von Zürich nach Kien, also nach Hamburg. 40 Minuten Verspätung, toll. Jetzt ist gerade 4 Uhr und ich bin schon seit 7 Uhr im Zug und dauert wohl noch ein paar Stunden. Also dann bis in Kien. Noch 1 Stunde und 45 Minuten länger Zug fahren bin ich endlich bei Huja Huja Hu. Und morgen gibt es Hansa Park, aber ohne ihn. Ich bekomme morgen mal ein wunderschönes Zeugnis. Und ich war das erste Mal Karnon. Ich bin nicht dabei. Ich bin nicht dabei. Hey Leute, ich bin jetzt im Hansa Park angekommen. Und jetzt gehe ich gleich auf Nessi. Dann bis gleich. Klaasener Roland und Nessi. So, gerade Nessi gefahren. Coole Bahn. Schwarzkopf Klassiker halt. Macht Spass. Und jetzt gucke ich mal was sonst noch fährt, weil es ist noch nicht 10 Uhr. Beispiel Roland und fährt noch nicht. Ja, wir werden sehen. Ist auch gleich 10. Also bis später. Tschüss. Wir sehen uns. 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 Ich habe einen neuen Top 1. Bis später. So, ich bin völlig ernest. Und deswegen... Super Splash! Ich bin wirklich frisch. Ich bin wirklich nass. Aber macht Spass. Bis später. Tschüss. So, ich war gerade auf dem Holstein-Turm, vorhin noch ein bisschen Essig gefahren und jetzt mache ich nochmal nach Novgorod, dann man sieht sich. So, vorhin nochmal nach Novgorod gefahren, Ruhkeltal, die Kernanau und jetzt habe ich ein bisschen Kopfschmerzen und ich denke, jetzt gehe ich dann bald mal, aber ich habe morgen noch Zeit mit Paul und Timo. Ja, dann sage ich, melde ich mich auf dem Rückweg nochmal und dann tschüss. Ich wollte eigentlich noch schnell Lachflum fahren, stand an und dann das. Notstop. Und da gehe ich gerade mit Arbeiter hoch. Geht wohl nichts mehr mit Lachflum heute. Auf morgen. Dann bis später. Tschüss. So, tschüss Hansapart. Jetzt geht's wieder zurück zu Paul nach Kiel. Und wenn die Bahn noch pünktlich ist, dann sehen wir uns morgen. Tschüss.